So unten ist es mehr Vintage. Bisschen voller unten rum. Oben habt ihr gemerkt, dass flacht ein bisschen die Bässe ab. Hier gibt es das Gate direkt. Aber ich habe jetzt das einfach aktiviert. Jetzt sind beide an. Du kannst auch das ausmachen, das reicht auch. Bisschen voller unten rum. Das ist echt der Beste, den ich sehr lange so gehört habe. Wäre doch so diese einzigartige Note drin. Es ist halt auch ein komplett eigenes Voicing. Der Liedkanal ist wirklich nach nichts nachempfunden. Das ist glaube ich die Frage, die dir am öftesten gestellt wurde, ob es irgendwie jetzt mehr Marshall oder mehr Mesa ist. Das ist wirklich was komplett eigenes. Und über den Cut-Regler könnt ihr euch fast alles abrufen. Hier seid ihr im modernen Bereich. Und je nach Gitarre, wenn du die jetzt auf den P90-Shirts und so ein bisschen Stonewall-Kram spielst, bist du halt irgendwie... ...und nicht nur so zumceğiz. Und dann sind wir noch mal wieder auf den P90-SHirtkern. Was? Du hast echt nehmus. Und dann gehen wir mal wieder. Du kannst. Du hast alles. Du hast du hast. Du hast du hast... Du hast du hast. mit deinen Fingern klingt wahrscheinlich auch so eine 20 Watt-Kram, das ist so geil, aber wenn ihr alle schüchternen Seiten oder keine Fragen habt, dann können wir auch noch mal zum Pedal kommen, ich glaube, so viel Zeit haben wir auch, ne, ach krass, das ist ja sogar 40 Stunden, naja.